Die Region Noxus Noxus ist ein mächtiges Imperium, den sein angsteinflößender Ruf voraushalt. Außerhalb seiner Grenzen gilt es als brutal, expansionssüchtig und bedrohlich. Doch wer einen Blick hinter die kriegstreiberische Fassade wagt, der erkennt eine ungewöhnlich inklusive Gesellschaft, die die Stärken und Talente ihrer Bürger respektiert und fördert. Die Noxi waren einst wilde Barbanenstämme, bis sie die uralte Stadt gestürmt haben, die heute im Herzen ihres Reiches liegt. Da sie sich gegen Bedrohungen von allen Seiten wehren mussten, trugen sie den Kampf zum Feind und erweiterten im Laufe der Jahre ihre Grenzen. Der stete Kampf ums Überleben hat aus den Noxianern von heute ein stolzes Volk gemacht, bei dem Stärke über allem steht, wobei sich diese Stärke auf vielerlei Art und Weise manifestiert hat. In Noxus kann unabhängig von sozialem Rang, Herkunft, Heimat oder Wohlstand jeder eine Machtposition ergreifen oder sich Respekt verdienen, wenn er nur die nötigen Fähigkeiten mitbringt. Diejenigen, die mit Magie umgehen können, genießen ein besonderes hohes Ansehen und werden ausfindig gemacht, um ihre Talente zum Erblühen zu bringen und sie schließlich zum Wohle des Imperiums einsetzen zu können. Doch trotz dieses leistungsorientierten Ideals haben die alten Adelshäuser immer noch beträchtlichen Einfluss. Und einige befürchten, dass die größte Gefahr für Noxus nicht von seinen Gegnern, sondern in den eigenen Reihen liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017